Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bausüberlader, an sich mit als das Wort, aber der Lukas kriegt sein Headset irgendwie nett, zum Laufen, keine Ahnung, irgendwie, pro Probleme, er hört mich, aber ich höre ihn nicht im Mikroding, ist ja auch egal, muss ich halt aufschreiben und fertig ist, ähm, wir haben ein bisschen Geld, das heißt, wir kaufen eine Maschine, ähm, Fahrzeugkendler, wir werden jetzt mal gucken, was da abgeht, ähm, bam, 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 wups, hab ich doch geschrieben, was gibt's denn da alles, was kann man dann theoretisch nicht mehr kaufen, brauchen wir denn unbedingt, 230.000 haben wir, größerer Kipperwerfer vielleicht, Gibt der Kranwerfer vielleicht, ne, Kranwerfer eigentlich, ich würde sagen, eine kleine Bagger, ja, dann können wir nämlich größere Aufträge, ach, man, ähm, das ist Bagger 1, Kranz 2, da, Bagger 2, das ist dann, Bagger 2, Bagger 3, ne, okay, Bagger 2, dann kaufte man die kleinen Bagger, wo sind wir, hey, das ist das ein minuten, plug, da, ja, kauf, so, we defect that time oh boy so you such me the love this is just an oft like this is the respect again get up out of that it's not a lot of times audio me the goal Alleine deiner. Hallo? Oh, ich hab nicht erfahren. Er weiß halt ein Bagger hierher. Oh mein, dann. Ich sehe ein Bagger hier. so löscht der kann nicht nur schadet so was noch burscht 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 da okay so guck mal da kann man weiter so so er hat er dann wird gern das ist mein herr abbiegen achtung da finde ich hat sich gar schlecht Stahlwerkstatt ist schön, ist ein bisschen so dort angekommen äh, der Audio ist immer so und ich bin ja dort okay so Achtung so so, Habe was gibt's Neues Hallo Ey, ich bin So Nachdem wir nun in der Stadt sind, wird es Zeit, auch etwas vorausschauend zu planen Wir haben vor der Stadt den Auftrag bekommen, ein neues Gebiet zu erschließen Dazu muss dieser Bereich noch an die bestehende Kanalisation angeschlossen und ein Trafo-Häuschen errichtet währenddessen Oha, ein Auftrag aus dem Rathaus. Unser Bekannteleitsgrad scheint gestiegen zu sein Jo, scheint so, ich hab dir ja gesagt, dass ein Umzug auf größeres Gelände auch die Kunden beeindruckt und jetzt ruft plötzlich der Stadtrat an, super oder? Wenn dir, wenn wir diesen Auftrag erfolgreich zustimmen, gibt es jede Menge neuen Bauplatz und gibt auch eine neue Aufträge für uns Leider wollen wir mal Verfeherrnflasche, den ich mal enttäuschen Ich bin ja nicht begeistert Dann muss halt mal Hap aus BG, bitte So Äh Stell mal, der man da hin So Das habe ich noch kein Blatt mehr von der Steuerung Was ich habe gelernt Und ist das schnell Ähm Kannst du das nicht vorhin anlassen? Ah Ich kann jetzt nur die Jungen die großartig können Ja Ach Ich befördere den Kälter wieder Ja Da ein Stück zurück, oder? Das sollte reichen Aber So Also Das ist jetzt Wünschen Könnte Dinge ist ganz klar Aber jetzt so aber nicht viel dieser komische stinger weiter runter geht es ein bisschen speziell schön ist es einfach mal hierhin nicht abgehört ich denke mal diese woche wird vielleicht einen der zwei videos erln grad kommt aber wenn das mal jetzt es ist ein bisschen weniger was mehr baust du hast du da wird dann nächste woche das 28 also auch ein bisschen auch mal ein bisschen so und dann ja das bin doch wieder dass ich jetzt in der untersteuern muss kameras wechseln das heißt die woche sehr viel pausenbladet zu schweinern aber gut wird es ja zu schlimm sein war mal stich zurück so ja das reicht und heute ich komme aus beurte ich nicht wo gott packt das auch mal da naja gut das ist ah nee die jungen waren die jungen waren bitte die jungen waren ich kann es nicht gebrauchen die verhunterkommen alles eine sache für sich eine helft haben wir schon ein stück zurück seine banken hat so schön geklappt oh ja nein ich will aber ja 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 hallo jetzt wie immer der bau müssen der junge nach als ob man eigentlich noch also die verbau ach ja wahrscheinlich die ging so kies so das wird ein das stelle bei der zweiten seite nein das schreibt jetzt hier so ich gehe mal stadtbocken seien ja okay wird dann hol ich die anderen sagen ja wie holt es ist das viermal verbrauch und stahl ich kann plan was das genau ist ja okay dann habe ich mit anhänger und jetzt gleich die sache okay ich habe ich sagen okay okay da brauchst du bist alles klar so die folge wo ist das stadt der weg die fertig wird verbrechen da was ich dann war doch hier ach genau bestimmte es war hier aber da würde ich sagen sind wir uns in der nächsten folge wieder mal wie es mit dem baugebiet weiter geht weil sie seine verleihen diese macht und dann bis nächste folge